Ja, hallo. In diesem Video über komplexe Zahlen wollen wir beweisen, dass man im Körper C keine Anordnung definieren kann. Gut, dieses Video ist die Uni-Version für Mathe-Studenten. Ich mache noch ein anderes Video, da erkläre ich das dann etwas einfacher für Schüler und für Ingenieure. Gut, was betrachten wir als gegeben? Also wir gehen von den Körperaxiomen aus, die kann man sich bei Wikipedia angucken, dann gehen wir von den Axiomen der Anordnung aus und dann benutzen wir noch eine Folgerung aus diesen Axiomen der Anordnung, also eine Folgerung aus zwei und aus den Axiomen der Anordnung kann man also ganz leicht beweisen, dass das Quadrat einer Zahl stets positiv ist. Also größer als 0, genauer gesagt. Gut, also das sind die Voraussetzungen und was wollen wir beweisen? Beweisen wollen wir, dass wenn zwei komplexe Zahlen Z1 und Z2 gegeben sind, dass ich dann weder das größer Zeichen noch das kleiner Zeichen dazwischen schreiben darf. Ja, also man kann keine Anordnung definieren, man kann komplexe Zahlen nicht in ihrer Größe vergleichen. So, um das zu beweisen, muss ich nur ein einziges Gegenbeispiel finden. Ja, es reicht eine Ausnahme zu finden und die Ausnahme, die ich da beweisen will, ist, dass ich beweise, dass die komplexe Zahl i weder größer als die komplexe Zahl 0 ist, noch kleiner als die komplexe Zahl 0 ist. Also i und 0 sind auch komplexe Zahlen. i liegt ja so in der Gaussian-Ebene und die 0 liegt hier. Ja, sind zwar Sonderfälle komplexer Zahlen, aber sie sind auch komplexe Zahlen. Gut, beweisen wir erstmal, dass hier die erste Annahme falsch ist, also dass i nicht größer 0 sein kann. Dazu schreibe ich mal hier die Definition der imaginären Einheit auf. Wir haben ja definiert, innerhalb der komplexen Zahlen gilt i² gleich minus 1. So, jetzt folgert aber hier aus den Axiomen der Anordnung, dass das Quadrat einer Zahl stets größer 0 ist. Ja, und hier habe ich das Quadrat einer Zahl, also muss i² größer 0 sein und somit auch minus 1. Minus 1 muss größer als 0 sein. So, der Nicht-Mathematiker sagt jetzt wahrscheinlich, der Widerspruch ist ja hier schon vollbracht. Wir sind schon fertig, minus 1 ist ja nicht größer als 0. Ja, das ist allerdings verkehrt. Wir wollen ja beweisen, dass es in c keine Anordnung geben kann. Ja, und der Widerspruch ist hier noch nicht zu finden, weil es könnte ja eine Anordnung geben, die einfach anders aufgebaut ist. Zum Beispiel, wenn ich mir den Zahlenstrahl umgekehrt vorstelle, also die negativen Zahlen sind jetzt hier, die positiven sind hier, also hier ist minus 1 und hier ist 0 und hier ist 1, dann ist ja minus 1 größer 0, sozusagen. Ja, also es kann ja ganz verrückte Anordnungen geben. Und deshalb ist das noch kein Widerspruch, sondern der Widerspruch entsteht erst, wenn ich entweder die Körperaxiome oder die Axiome der Anordnung verletze. Denn ich habe ja gesagt hier, das ist Rechenpraxis, die setzen wir nicht voraus. Wir setzen eben nur wirklich diese Axiome voraus, aus denen der Körper aufgebaut ist, beziehungsweise die Axiome der Anordnung. Ja, um jetzt hier so einen echten Widerspruch zu erzeugen, dann mache ich mal einen kleinen Trick. Ich multipliziere i mit minus 1. Gut, das Ergebnis schreibe ich schon mal hin, das ist minus i. Minus i. So, und jetzt mache ich folgendes, da muss ich ein bisschen weiter hier rüber schreiben. So, minus i. Und jetzt mache ich folgendes, ich betrachte die Vorzeichen. Also zunächst mal i, da weiß ich das Vorzeichen, i ist laut der Annahme größer 0. Ja, also ich kann hier hinschreiben, i ist größer 0 und i wird multipliziert mit minus 1 und da habe ich ausgerechnet, minus 1 ist größer als 0. Also schreibe ich hier hin, das ist auch größer als 0. So, dann folgt daraus, dass das Ergebnis auch größer 0 ist. Ja, ja, warum? Weil die Axiome der Anordnung sagen, dass wenn, ich schreibe es mal da drüber, wenn ich zwei Zahlen habe, a, b, die sind größer als 0, habe ich ja hier, sind beide größer als 0, und ich multipliziere die miteinander, habe ich ja hier gemacht, dann ist das Ergebnis größer als 0. Ja, und deshalb steht hier größer als 0. Das sagen mir die Axiome der Anordnung. Also das hier, äh, das hier ist ein Axiom der Anordnung. Gut, also ich weiß jetzt, minus i ist größer als 0. Ich schreibe es mal drunter. Minus i ist größer als 0. Und wenn ich jetzt beide Seiten mit minus 1 multipliziere, erhalte ich i ist kleiner als 0. So, und das ist der Widerspruch, denn ich habe hier angenommen, i ist größer als 0. Und jetzt habe ich ausgerechnet, i ist kleiner als 0. Das heißt, ich muss hier durch die Anwendung der Axiome irgendwo einen Widerspruch erzeugt haben. Das heißt, ich habe irgendeines dieser Axiome außer Kraft gesetzt, und das wollte ich ja machen. Ja, also i größer 0 setzt Axiome außer Kraft, und deshalb ist die Annahme 1, i größer 0, verkehrt. Gut, kommen wir jetzt zum Beweis, dass i nicht kleiner als 0 sein kann. Und dazu überlege ich mir, wenn i kleiner als 0 ist, dann ist die Gegenzahl minus i größer als 0. Kann ich mir so vorstellen, wenn ich beide Seiten der Ungleichung mit minus 1 multipliziere, dreht sich ja das ungleiche Zeichen um. So, dann betrachte ich eine weitere Gleichung, nämlich die Definition der imaginären Einheit. i Quadrat ist gleich minus 1. Ja, und wir haben gesagt, aus diesem Satz hier, dass ein Quadrat einer Zahl größer 0 ist, folgt, dass i Quadrat größer 0 ist. Und somit auch minus 1. Minus 1 ist größer als 0. So, jetzt mache ich wieder einen Trick, und zwar, ich bilde ein Produkt. Das Produkt heißt diesmal minus i, minus i und minus 1. So, was ist das Ergebnis? Die Minuszeichen heben sich auf, da kommt also raus i. Gut, jetzt betrachte ich wieder die Vorzeichen. Also, das verläuft genauso wie auf dieser Seite. Minus i ist größer als 0. Das ist ja hier, das ist eine Folgerung aus der Annahme. Und mein minus 1 ist ebenfalls hier größer als 0. Und jetzt kommt hier wieder dieser Satz, dieses Axiom der Anordnung. Wenn ich zwei Zahlen multipliziere, die größer 0 sind, zwei Zahlen, die größer 0 sind, wenn ich die multipliziere, ist das Ergebnis größer 0. Das heißt, mein i ist größer 0. Und das widerspricht hier der Annahme. Ich habe nämlich angenommen, dass i kleiner 0 ist, habe erhalten, dass i größer 0 ist. Das heißt, irgendwo muss durch die Anwendung der Axiome ein Fehler entstanden sein. Das heißt, meine Annahme hat die Axiome außer Kraft gesetzt, also mindestens 1. Und damit ist diese Annahme ebenfalls verkehrt. Gut, und damit haben wir bewiesen, ich habe eine Ausnahme gefunden, diese komplexe Zahl i und die komplexe Zahl 0. Für die gilt weder i größer 0 noch i kleiner 0. Das heißt, zwischen i und 0 darf ich kein Ungleichheitszeichen setzen. So, und wenn ich jetzt hier eine Ausnahme gefunden habe, dann reicht das. Aber diese Ausnahme hat auch noch Konsequenzen. Wenn ich mir zum Beispiel diese Zahl hier angucke, 42 plus 42 i ist größer als 2 plus 2 i. Da würde jemand sagen, ach, das ist größer, denn sowohl Realteil als auch Imaginärteil sind bei dieser Zahl größer als bei dieser Zahl. Aber auch das macht keinen Sinn, denn ich weiß ja nicht, wie groß dieses i hier ist, beziehungsweise dieses i. Ich weiß nicht, ist das größer oder kleiner als 0. Das ist weder größer noch kleiner als 0. Und deshalb machen sämtliche Aussagen zwischen komplexen Zahlen keinen Sinn. Also wenn ich beweise, dass i wieder größer 0 ist noch kleiner 0, dann hat das sehr weitreichende Konsequenzen auf alle komplexen Zahlen. Wobei man sagen muss, eine Ausnahme hätte ja schon gereicht, um zu sagen, da gibt es keine Anordnung. Gut, das war es dann. Ich verabschiede mich. Auf Wiedersehen. Gut, das war es dann.